Ja, zur späten Stunde wende ich mich doch auch mal an viele Menschen, die hier gerade zuhören und zu sind. Ich bin ganz verwundert, dass das Thema bei euch so beliebt ist. Ja, was haben wir hier? X. Komischerweise, die sind immer so in der Nasenlänge sind sie aktueller wie der Rest der Tagesschau ARD ZDF. Wieder nichts, ne? Gibt nichts. Und zwar, Annalena hat sich ja persönlich dafür eingesetzt, da gibt es auch jetzt gerade so ein paar Ermittlungen. Ja, wir haben ja das Gefühl, es sind so viele Menschen hier, die nicht möglicherweise hier hingehören und sie könnte ein Teil des Problems sein. Das ist schon ärmer. Ja, die, äh, unser Haarmodell auf Steuerkosten, zumindest die Haare liegen. Ja, man möchte ja so abledern, ne? Kannst ja nie machen, ist ja verboten, ne? Ist ja ja Hate und Mobbing, da drehen die wieder alle durch. Aber, ist schon merkwürdig, ne? ARD, ZDF, die Öffentlichen, wo seid ihr? Vortreten. Ja, jetzt bin ich selber so alt, ne? Aber an manchen Tagen habe ich das Gefühl, ich werde von meiner Regierung hier nur verarscht. Wenn es euch auch so geht, schreibt es mal in die Kommentare. Und, äh, ich verlinke den Beitrag, also, könnt ihr stehen da, äh, eher direkt unter dem Video, ne? Wisst ihr Bescheid. Wegen Transparenz. Vielen Dank. Vielen Dank.